Die Corona-Maßnahmen werden nach und nach wieder gelockert. Einige Geschäfte dürfen schon wieder öffnen, wenn sie nicht mehr als 800 Quadratmeter haben. Da stellt sich sofort für die größeren Geschäfte, zum Beispiel die Kaufhausketten, die Frage, ist das denn fair und verstößt das nicht gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, den wir doch so schön im Grundgesetz festgeschrieben haben? Das wollen wir uns mal näher anschauen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke. Und wenn ihr Lust habt, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Das ist, glaube ich, die Klingel oder das Klöpfchen hier direkt unter dem Video. Ja, ihr selbst habt es mitbekommen, dass die ersten kleineren Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder aufmachen. Die waren eine ganze Zeit dicht und für den einen oder anderen Geschäfteinhaber, der jetzt einen Riesenschaden erhalten hat, stellt sich jetzt die Frage, wer zahlt mir das alles? Das stellt sich für alle, die jetzt in der Vergangenheit dicht waren. Das wollen wir zunächst mal schauen, ob man hier tatsächlich überhaupt Geld dafür bekommen kann, dass der Laden geschlossen worden ist. Dafür dient ein Blick in das Infektionsschutzgesetz. Und man muss sich schauen, wie sind denn die Läden dicht gemacht worden? Also, es gibt eigentlich nur eine Norm, die im größeren Umfang hier einen Schadenersatz hergeben würde. Das ist das Paragraf 65 Infektionsschutzgesetz. Da geht es aber darum, dass man die Anlagen eines Unternehmens gebraucht hätte, um meinetwegen Corona zu bekämpfen. Oder dass man meinetwegen im Rahmen der Seuchenbekämpfung Tiere eines Unternehmens getötet hätte oder irgendwelche Gegenstände vernichtet hätte, die dann den Wert des Unternehmens mindern. Wenn man aber gezielt zur Seuchenbekämpfung eingesetzt hätte, nach § 65 Infektionsschutzgesetz, dann hätten diese Unternehmen einen Anspruch. Und diesen Einsatz, den gab es eben nicht. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass da irgendein Brand war und man ist in ein Unternehmen reingegangen, hat da die ganzen Feuerlöscher rausgeholt, um das zu löschen. Oder hat extra ein Haus abgefackelt, damit sich die Seuche nicht weiter ausbreitet. Jetzt mal so zu so wirren Szenarien, die da hätten passieren können. Dann hätte es tatsächlich eine Entschädigung gegeben. Nee, hier ging es ja um den wirtschaftlichen Schaden und die Anordnung des Kontaktverbots, die nach § 28 Infektionsschutzgesetz erfolgt ist. Ja, den kennt ihr schon. Das ist diese Generalklausel, die für alles gerade rangezogen wird. Für die Zweitwohnsitze, die wir nicht mehr besuchen dürfen und für die ganzen Ortsverbote, wo wir nicht mehr hingehen, für den Mundschutz und, und, und. Und die sieht eben, diese § 28 Infektionsschutzgesetz, sieht gerade keine Entschädigung für die ganzen Unternehmen vor. Diese Umsatzerwartungen, die einem da flöten gegangen sind, die kriegt man jetzt auch nicht erstattet. Selbst wenn man nachweisen kann, wie viel Umsatz man hatte, das war sicherlich auch, dann muss natürlich das Ganze verhältnismäßig sein, aber da wird man wohl sagen können, naja, schauen wir uns die gesamte Welt an. Alle haben es so gemacht, Wirtschaft runtergefahren, damit ging auch die Seuchengefahr runter, beziehungsweise das Virus hat sich nicht mehr so weiter verbreitet. Also insofern wird man wohl sagen können, ja, das passt natürlich so. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich eingangs gestellt habe, wie sieht es denn aus mit den Unternehmen, die jetzt nicht geöffnet werden können, obwohl die ersten jetzt öffnen, dann könnten ja die anderen sagen, das ist jetzt eine unfaire Ungleichbehandlung. Kann man das wirklich, kann man daraus aus dieser Ungleichbehandlung nicht irgendeinen Staatshaftungsanspruch kreieren, dass der Staat das Ganze jetzt bezahlen muss, dass ein riesen Apple Store nicht aufmachen kann, aber ein kleiner Edeka-Laden wohl, wobei der hat ja immer auch, war ja Lebensmittel, aber ein kleiner Schuhladen, der kann vielleicht wieder aufmachen und da könnte der Apple Store vielleicht was gegen den Staat machen, weil er sagt, das ist ja eine Ungleichbehandlung. Ja gut, da muss man eigentlich sagen, zunächst einmal folgte die Gleichbehandlung, nämlich dass alle dicht gemacht worden sind und jetzt geht es ja eher um das Positive, dass sozusagen dieses aufgelöst werden soll, die ganzen erdrückenden Maßnahmen für die Unternehmen langsam wieder aufgelöst werden soll und das ist sozusagen ein mehrstufiger Plan. Ich glaube, dass man sagen kann, dass es einen Grund gibt für diese Ungleichbehandlung und dass dieser Grund in der Gefahrenabwehr liegt, dass man nachweisen kann, dass von Geschäften größer als 800 Quadratmeter noch mehr Gefahren ausgehen und dass dann tatsächlich dort auch noch länger der Laden dicht bleiben muss. Insofern, ja, befürchte ich, dass die größeren Läden auch daraus sich jetzt keinen größeren Haftungsanspruch herleiten können, dass sie eben erst später wieder öffnen können. Der Staat versucht es ja so zu lösen, dass er dann deswegen sagt, okay, dann kriegen die jetzt Kredite. Allerdings kann man da als Laden ja wieder argumentieren, ein richtiger Ausgleich ist das auch nicht. Wenn ich überhaupt diese Kredite bekomme, was schon in den Sternen steht, weil so leicht ist es nämlich im KfW-Kredit nicht, muss ich die ja auch sowieso wieder zurückzahlen. Also die Wiederherstellung, die jetzt nur schleppend ist, wird man wahrscheinlich nicht für eine Ungleichbehandlung ranziehen können. Dass das Ganze in den Köpfen der Unternehmen drin ist, kann ich gut nachvollziehen. Aber meines Erachtens ist es eben nicht willkürlich erfolgt, sondern es gibt einen Grund für die Ungleichbehandlung und der ist weiterhin Gefahrenabwehr. Wenn wir jetzt alles auf einmal wieder aufmachen, dann würde wahrscheinlich das Virus auf einen Schlag auch wieder zurückkommen. Aber das wird die Gerichte garantiert trotzdem noch beschäftigen. Das ist ja jetzt erstmal nur meine Rechtsauffassung dazu. Könnte sein, dass der ein oder andere größere Laden, der danach Corona noch kneter hat, den Anwalt beauftragen wird, um das Ganze richtig durchzufechten. Es ist ohnehin schon viel zu tun, muss ich sagen, als Anwalt in Corona-Zeiten. Die Rechtsfragen sind mannigfaltig. Wir haben wirklich viel Geschäft im Moment. Das kommt aus allen Richtungen. Erstmal gut für uns. Schade. Leid tut es mir für all die Unternehmen. Und wir wissen natürlich auch nicht, was das langfristig macht. Wir haben auch im Entertainment-Geschäft, wo wir auch sehr viele, sehr viele Unternehmen beraten, Weckbrüche haben, dafür wieder Zuwächse im E-Commerce. So ergibt sich das so ein bisschen. Man kann, das ist sozusagen da bei uns eher Tendenz steigend. Aber mal schauen, wie es unseren Mandanten in Zukunft geht und der Wirtschaft in Zukunft geht. Davon sind wir letztlich auch abhängig. Deswegen interessieren uns auch persönlich solche Fragen. Ich hoffe, euch auch. Falls ja, lasst ein Abo da. Morgen sehen wir uns hier schon wieder. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit noch mit in diesen Videos vertreiben. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Tschüss. Bleibt gesund. Und bis dahin.